Herr Xaver, Ihnen macht es nichts aus, dass ich meine Superhelden-Basis hierher verlegt habe, gell? Meine Mama sagt, ich soll sie das fragen. Bei der NASA fühlt man sich auch ein bisschen wie ein Superheld, ja. Ja, ja, ja. Hast den Xaver mit deinen langweiligen Geschichten gut zum Einschlafen gebracht? Dein Superhelden-Talent? Du bist blöd. Ciao, Cosmo-Waui. Was ist denn bitte ein Rollator, wenn nicht ein Raumfahrzeug? Ich kuck. Ha 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 ha. Ja. Ja. Ja.